Denkt darüber nach, ist die Welt, so wie ihr sie jetzt hier erlebt in den letzten zwei Jahren, die Welt, in die ihr eure kleinen Kinder entlassen wollt, ist das tatsächlich die Welt? Und wenn nicht, dann komm zu uns. Komm zu uns, komm zu den impfstofffreien Menschen. Wir sind gerade dabei, eine bessere Welt zu errichten. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte.